Es ist geil. Ey, es ist voll geil. Es ist viel besser als Ghost-Plane. Oh mein fucking Gott. Ach du Scheiße, ist das geil. Okay, ich glaub, ich werd mich jetzt mit diesem wunderschönen Gleiter anfreunden. Oh yeah. So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play. Ich bin jetzt endlich aus, also nicht endlich, sondern ich bin jetzt aus Barcelona wiedergekommen. Ich hab mir diesen schönen Hut jetzt mal hier gegönnt. Denn Barcelona ist wirklich eine wunderschöne Stadt, aber gegenüber Moskau ist Barcelona ein Pups. Also jetzt, sagen wir es mal so, Barcelona hat 4 Millionen Einwohner und Moskau hat 12 Millionen Einwohner. Und Moskau ist auch viel größer als Barcelona. Obwohl Barcelona recht groß ist, aber Moskau ist größer. Und ja, ich hab erstmal schon mit den Händlern dort ein bisschen gefeilt. Ich hab ein bisschen davon, ein bisschen davon geholt. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob das T-Shirt mit dem Greenscreen hinten im Hintergrund der Zusammenarbeit mit. Aber scheiße, wir werden jetzt wieder Mission für unseren Lieblingstypen namens Film machen, der mich schon letztens so richtig schön angekotzt hat. Ich hab keinen Bock. Ich will sterben. Ich werde sowas in der Mission sterben. Hey, wenn so ein Satzschweck ist wieder da. Jetzt verabschiede ich оружiee. Meine прошлые verabschieden wurden vollständig, aber ich weiß, du kannst es wie möglich. Ja, ich habe noch nicht vergessen. Ich habe noch eine Sprecher gekauft, also nicht in der Abfahrt. Ich bin so geil, dass diese Übersetzung, ne? Diese Übersetzung ist einfach mal unnötig. Also, ähm, die hätten wenigstens die Mühe geben können, wirklich das, was sie da sagen, auf Englisch auch zu übersetzen. Aber nein. Nur die Missionen sind hier übersetzt. Das, was sie sagen, ist nicht übersetzt. Ich meine, ich verstehe zwar schon alles, aber ich finde es einfach nur blöd für euch, weil Githranderos ist wirklich ziemlich, ziemlich, ziemlich geil gemacht. Aber nicht jeder kann Russisch. Das ist ja das Problem. Und ich frage mich einfach nur, wieso sie diese Untertitel nicht einfach mal verfickt noch mal auf Englisch noch mal gemacht haben, auch wenn sie sprechen. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, ich werde später mal eine Sprachdatei von diesem Githranderos machen. Ach du Scheiß, ich werde diesen Berg niemals schaffen. äh, ich werde irgendwann mal so eine Sprachdatei davon machen und alles nochmal schon auf Deutsch machen. Mit meiner Stimme. Komm schon, zieh! Zieh, zieh! Komm schon, komm schon, du schaffst es! Zieh schon, zieh schon! Bitte, bitte. Verkack jetzt nicht am Ende. Los, los, los! Wenn das jetzt nicht gepackt hätte, ich wäre dreimal ausgerustet. Ausdruck! Sag mal, sind die Leute hier dumm oder... What the fuck? Wieso? Wieso bekomme ich auch einen Stern dafür? Sag mal, polizistische Seite Binadies vor meinen Van gesprungen. Was kann ich denn dafür, wenn sie vor meinen Van springt? Meine Fresse, ich meine, ist ja nicht so, als ob ich hier schon chaotisch genug bin. Nein! Nicht, dass ich schon chaotisch genug bin. Nein! Aber... What the fuck? Wieso vor meinen Van springen? Das ist... Muss das unbedingt sein? Nein, muss es nicht. Wieso? Nein... 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 Nein.. Ich werde dir sane wie lebe aus diesem continua Fuck dich Spiel Lass mich doch am Sack Ey, was macht denn der Spaß dir denn hier? Dann will er zurück zu Devil May Cry und nicht hier... Du bist kein Affe, du... What the fuck, ey, was ist mit dem Spiel los? Du... Dick? Dick, und ich bin noch ein großer Hren. Hast du dich nicht gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Ja, dann wer sind diese Leute? Oh Gott, verdammte Scheiße! Wer zum Teufel ist... Wer zum Teufel ist das denn? What the fuck? What the fuck? Wow. Geh mir aus dem Schussfeld! Spastis! Was zum Teufel, was machen die Clowns denn hier? Ha, du bist kräftig. Wie fühlst du dich? Missionen aufhört und dafür aber jetzt ein Feuch des Nichts, Bitches. Okay, doch, wir haben Geld bekommen, aber... Ey, Digger, ich brauche eine Schutzhiste. Bevor ich verrecke. Ey, mein bester Freund ist wieder hier. Na, alles fit bei dir? Äh, mir gefällt dein T-Shirt, wo hast du's denn her? Aha, aha. 1942 sagst du? Okay, perfekt. The fuck. Anscheinend kann man jetzt für den Spastis auch Missionen machen. Ey, wieso nicht? Okay. What the... You have new message from Dick. Okay. Wow, guck mal, das haben die nicht mehr übersetzt. Okay, wir lesen uns mal los. Есть работ... Есть работ... Есть работ... Есть работника для тебя. Gesundheit. Ähm... Ha, установi... 5... Schu... 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 Okay. Wird gemacht. Ich soll jetzt 5 Spastis fertig machen. Aber ich muss abpassen. Sie lieben keine... Fremden. Alright. Wird gemacht. So. Dann ziehen wir nochmal unsere Pornowaffe raus. Und heizen jetzt mal ordentlich hier ein. Zum Glück habe ich mir eine Schutzweste geholt. Was wird hier gespielt? Was wird hier gespielt? Okay. Gytianderos hat zwei gespielt, aber... Wo, 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 wo. Wo kommt der denn her? Alright. Was ist das? Und das ist was. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? speichern soll ich hätte speichern sollen fuck wo kommen die denn alle her dürfte ich bitte leben bekommen fuck dürfte ich bitte leben bekommen das wäre sehr geil ich habe angst auf einmal schritten spaß die da ich habe eindeutig angst um mein leben hier gerade ich werde sowas von sterben also von daher was soll es ich hätte ein schönes leben vielleicht auch schon wieder spaß die sauf hinter mir ich liebe es hier nicht mehr wo wieso taucht auf einmal hinter mir so auf auf fuck alter what the fuck das war ein geiler mut das war ein sehr künftig bitte in gitarren der ist so einfach dass man nicht immer seine scheiß waffen verliert wenn man stirbt das ist verdammt noch mal nervig naja spaß dies alles fit bei euch the fucking hell eine für euch hier noch wird jetzt mit der shotgun hier ein bisschen party machen aber wer schließt mich da ab the fuck naja spaß dies habt ihr mich vermisst ja der hat mich doll vermisst der hat mich doll vermisst wo bist du bitch ja jetzt haben wir die vierte bombe blablabla what the fuck i'm packin Wer denn den sind denn hier? Oh shit! Oh, du denkst, du bist schick! Ich habe auch merkwalt, ey. WTF? Ich kann ja nicht mal hier Missionen machen, damit ich meine Gesundheit hier ein bisschen erweitern kann. WTF, ey? Was ist los mit diesem Spiel? Hey, wie wär es, wenn ich mir hier ein Haus gönne? Ich wollte mir ja hier ein Haus gönnen, aber dann wurde ich ja hier von diesen Spastika von Amokläufern getötet. Hör auf vor meinem Haus jetzt hier meine Beine zu sp... WTF? Hast du gehört? Hey, don't disrespect me again, ey. Die Fresse. So, 10.000? Scheiß drauf, ich habe das... Ich habe Style und das Geld. Property Boat. So. Yes. Ich habe ein Haus. Geht doch. Gehen wir doch mal rein. Yeah. Geil. Hör auf! Von meinem Grundstück zu ta... WTF? Sind das meine Gang... Okay, das sind nicht meine Gangmitglieder. Ich bin von hell für dich, Home-Fam. Oh, fuck. Okay, jetzt wollen die mich umbringen. Ich habe hier überhaupt keine Member, oder? Okay, der Spastika will mich umbringen, aber scheiß drauf, wir gehen jetzt erstmal zu meinem lieben alten Freundchen und machen weiter Missionen. Yeah. Hallo, Karl. Wir haben eine Probleme. Wir haben eine Probleme. Biotrans hat eine Möbel-Stanze mit Daten zu verabschieden, über die Allianz-City. Sie können Sie sich nicht verabschieden. Das können Sie nicht verabschieden. Das können Sie nicht verabschieden. Und was machen? Was machen Sie? Lernen? Wie? In welchem Sinne? Oh, ne, das gibt's doch nicht. Diese zwei beschissenen Checkpoints werden jetzt für immer, für immer bei mir jetzt bleiben, oder was? Ach, bitte. Nein. Oh, fuck, goddammit. Nicht dein fuck... Wisst ihr, ist es jetzt schon scheiße genug? Nein. Diese verfickten Checkpoints, du musst ja... Bitte Anderius. Anderius und nicht Dildos. Wieso bist du nur so scheiße zu mir? Okay, das wird mich jetzt ein bisschen ankotzen, dass diese zwei Checkpoints dafür immer bleiben werden. Ich hoffe nicht, dass sie dort für immer bleiben werden, weil sonst wird mich das ziemlich abfacken. Und ich hätte jetzt... Ich habe jetzt überhaupt keinen Bock, dass sie da sind. What the fuck? Was soll ich jetzt tun? Na... Wird man sagen, shit happens, ne? Aber... Naja, egal. Ey, guck mal. Hey, guck mal. Nochmal Gangmitglieder. Ich glaube nicht, das sind meine sind, oder? Ich weiß es nicht. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Zombie, der Wecklaut von Polizisten. Yeah. What the fuck? Oh, ich will nicht fliegen. Das wird nicht gut enden. Oh, fucking hell. Okay. Oh, shit. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Es ist gar nicht mal so schlecht. Es ist ge... Ey, es ist voll geil. Es ist viel besser als Ghostplane. Oh, oh. Oh, mein fucking Gott. Ach du Scheiße. Das ist geil. Okay, ich glaube, ich werde mich jetzt mit diesem wunderschönen Gleiter anfreunden. Oh yeah. Das ist geil. Ich habe jetzt einen neuen besten Freund in ein GTA Anderos gefunden. Er nennt sich jetzt Gleiter. Der Gleiter. Geil. Also das wird mir gef... Oh, fuck, okay? Wohin muss ich eigentlich jetzt fliegen? Es ist voll chillig, damit zu fliegen. Es ist voll geil. Yeah. Oh. Das sind rote Punkte. Alright. Oh. Ich schieße in der Luft mit dem Teil. Okay. Kann ich irgendwie langsam damit fliegen? Oh shit. Oh fuck. Kann man mit dem Teil nicht langsamer... Ja, okay, doch. Man kann mit dem langsamer fliegen. Alter, es wird eine Quall sein, ihn zu treffen, ey. What the fucking... Okay. Okay. Das wird schön. Fucking... Was soll das jetzt hier bedeuten? Einen Telefon? Wieso ist hier ein Telefon akzeptiert? Wieso kann man hier reingehen? Was zur Hölle? Oh. Okay. Hat das gleich was mit meiner Mission zu tun? What the fuck? Was soll... Noch lauter geht's nicht, oder? Привет, Carl. Du bist da? Привет, Phil. Ich bin in Allianz City. Niedaleko aus Laboratorie. Wieso kommen jetzt englische Untertitel? Wie schön, dass ich zwei Jackpoints habe. Oh, guck mal. Ach, hier sind wir. Oh shit. Wir sind genau vor diesem Bürgermeister gedünst. Hey, Phil. Und du bekommst gleich eine Kugel in den Kopf. Wtf? Gut ja, Andreas, f*** mich mal wieder hart von hinten. Okay. Hey, Fell, alles fresh bei dir? Was für diesen Tag? Hier, auf der Pferde, wird eine Verkaufung für die Verkaufung. Ich bin schon lange gegen diese Verkaufungen. Konkurrenten, blin. Hast du einen Plan? Welcher Plan? Wie immer. Element der Verkaufung. Wir holen dich. Wir holen dich. Wir holen dich mit dem Trampli. Wir holen dich alle. Ich schraube dich. Du bist nicht klar. Wieso kommen genau jetzt englische Untertitel? Wieso kommen genau jetzt englische Untertitel? Perfekt. 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 Okay, ich brauche jetzt nichts mehr zu übersetzen. Ihr versteht eh schon, was da steht. Also von daher. Perfekt. 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 Dann gib mir jetzt mal Gas. und fahren jetzt mal da rüber und und los gehts oh goddammit jetzt werden die spaßtisch gefickt oh damn son weg von hier ich habe keinen bock mehr auf diesen spaßtiker wieso muss er immer abkacken wenn du jetzt abkackt ich schwöre ich verklage dich immer so wird das gemacht bitteschön hat die schlack auf einem konkurrenten starke menschen genau keine ursache arschloch mission auf welt nach 20 dollar bitches weiter geht es ich habe keinen bock was hat denn diese komische sanduhr zu was hat denn jetzt diese komische sanduhr zu bedeuten was in top ist das denn jetzt hier gucken wir es uns doch mal an was nicht so annau tschuaka es ist die drogung koordinat ist kimmel navigator riemann grannitsche der api Na dann, die Sache wird erledigt, keine Sorge, es wird ein schnelles Spiel, anscheinend sind diese komischen Sanduhr-Symbole, einfach so, nee, Missionen, also quasi, Missionen, die man so zwischendurch machen kann, ne, und ich hoffe, dass das von der Zeit hier auch gerecht ist. So wie es scheint, ist es auch, ne, ich war du Penner, fuck, guten Tag, Spasti, guck mal, wie er hier wieder ist, diesmal befeucht ich dich nicht, alright, Target ist in Village on the Western Island, Alright, lass mich erstmal gucken, auf der Karte, wo genau das ist. Von der Zeit her kann ich, ist es schaffbar, es ist machbar, in einer Minute dahin zu kommen, ist es, schaffe ich, schaffe ich, jetzt mal ehrlich, ungelogen, ich schaffe das. Wenn ich jetzt keine Unfälle haben werde, oder so, ist alles fresh. Ich meine, alles easy, sind noch 73 Sekunden vorbei, ich schaffe das. Jetzt muss ich nur noch leicht links fahren, und die ganze Zeit geradeaus. Und wenn gleich irgendwas passieren wird, dann bin ich am Arsch. Ich meine, es sind nur 30 Sekunden vorbei gegangen. Ist ja nicht so, als ob es jetzt gar nicht knapp wird, nein. Ist ja nicht so, dass ich jetzt ein bisschen mich beeilen muss, nein. Natürlich nicht. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Sicher nur auf 15 Sekunden noch. The fuck, ey. Wie zum Teufel z- Ich hoffe, euch hat dieser Part von GTA Anderos gefallen. Und wir sehen uns dann zu einem nächsten Part wieder. Bis dann. Woher gehst du denn? Weißt du, Phil, du bist wirklich der Perfekt der Pro. Was machst du da jetzt? Jetzt kommt es zu mir. Steigen. Was mit dem Tor. Was mit dem Tor.